Hallihallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von GameZoom Playtime. Hier ist Lars und ich rede mit Christoph. Hallo. Und wir reden heute über ein Thema, wie soll man es sagen, nach fünf Filmen haben sie immer noch nicht bemerkt, dass es eine schlechte Idee ist. Also haben sie ein Spiel draus gemacht. Wir reden über Jurassic World Evolution von Frontier. Christoph hat das gespielt. Christoph hat sich in die verantwortungsvolle Position eines Parkbesitzers voller Dinosaurier begeben. Das Beste, was man machen kann, oder? Auf jeden Fall. Also ich meine, was könnte schief gehen, wenn man gigantische Fleischpresser in Käfige einsperrt? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und dann noch Herrschaften von Menschen in dem Park herumlaufen lässt. Da kann nicht schief laufen. Da hören wir auch schon so ein bisschen Story am Grunde raus. Ich meine, ist es genau das, was wir machen, das gesamte Spiel über? Also, nachdem ja jetzt vor ein paar Tagen Jurassic World The Fallen Kingdom, ich bleibe einfach beim englischen Titel, weil der deutsche gefällt mir überhaupt nicht, in die Kinos gekommen ist, gibt es jetzt quasi so das passende Videospiel dazu im Jurassic World Evolution. Und ich finde es auch ganz toll. Das Spiel hat eben, wie gesagt, die offizielle Lizenz. Das beinhaltet jetzt nicht nur den Namen, sondern es tauchen auch die ganzen bekannten Schauspieler auf. Man muss aber dazu sagen, das Ganze spielt eben zeitlich in der Jurassic World Zeitlinie. Also bitte nicht vergleichen jetzt mit, oder verwechseln mit Jurassic Park, sondern wir sind eben in Jurassic World. Und darum geht es halt auch. Wir bauen einen neuen, modernen Park auf. Auf den fünf, wir haben es übersetzt, die fünf Tode. Ja, das sind eben diese bekannte Inselgruppe, die natürlich jeder Jurassic Park bzw. Jurassic World Fan kennt. Und insgesamt sechs Inseln gibt es. Wir starten, es gibt tatsächlich so eine, ich nenne es jetzt einfach mal eine Story-Kampagne. Die beginnt eben auf der ersten Insel. Das ist jetzt so die Tutorial-Insel. Die sieht man jetzt auch gerade im Video. Die habe ich jetzt auch so als Beispiel genommen, weil die schon am schönsten ausgebaut ist und weil man da sehr viel sieht, was man da alles machen kann. Und da wird man eben so schrittweise herangeführt, wie man eben so eine Jurassic World oder so einen Jurassic Park aufbaut. Und ja, aber da hängt halt viel mehr zusammen, als jetzt nur herzugehen und zu sagen, ich mache mal ein Gehege, haue ein paar Saurier rein, mache ein paar Wege und dann läuft das alles schon. Denn in Jurassic World ist man halt für alles verantwortlich. Für die Forschung, genauso wie für die Sicherheit und für die Verwaltung mehrerer Inseln. Das ist nämlich das Besondere. Also wir sind nicht nur auf einer Insel unterwegs, sondern im Verlauf dieser Story-Kampagne kommen wir auf weitere Inseln. Jede Insel hat seine speziellen Gegebenheiten. Also nicht nur von Terrain her, sondern auch, wir haben einfach andere Challenges. Also es gibt manche Inseln, wo halt deutlich öfter Stürme auftreten. Dann sind die Startvoraussetzungen auch anders. Also auf der Tutorial-Insel, da ist noch alles relativ easy. Da haben wir genügend Geld und können auch schön bauen. Und schon auf der zweiten Insel, da haben wir einen beschädigten Park, finden wir davor. Den müssen wir mal reparieren, also instand setzen. Und dann müssen wir den schrittweise aufbauen und das ohne dem Geld, was wir im ersten Park verdient haben. Das heißt, jede Insel stellt quasi so eine kleine Challenge für sich dar. Also es fängt nicht jedes Mal an mit, hier hast du eine komplett leere Fläche, mach einen Park draus und dann geh weiter. Nee, man hat tatsächlich immer so ein paar Grundsachen vorgegeben. Aber das ist wirklich sehr, sehr wenig, ja, weil man, klar, die Entwickler wollen ja auch, dass man seinen eigenen Park macht. Das ist ja auch das, glaube ich, was sich jeder Jurassic Park und Jurassic World Fan einfach darüber freut. Ja, das wollen wir ja. Oder davon wollten wir im Videospiel endlich unseren eigenen kleinen Jurassic Park zu machen oder großen Jurassic Park. Aber wie gesagt, man muss sich da halt durch diese Insel durchkämpfen. Das ist auch in weiterer Folge wichtig, weil wir müssen, und da komme ich halt auch gleich, ich werde mal ein bisschen über die Forschung reden, denn das ist gerade so, wo auch sehr viel Zeit hineinfließt. Also witzigerweise verbringt man eigentlich gar nicht so viel Zeit damit, Gebäude aufzubauen, sondern man kümmert sich so ein bisschen mehr um das Management von dem Park. Also es fängt damit an, dass wir eben, wir haben drei Fraktionen in dem Spiel. Das sieht man auch unten am Bildschirmrand, ja, neben den Sternen und neben dem Geld, was wir aktuell zur Verfügung haben. Da haben wir einmal das Grüne, das steht eben für die Forschung. Das mittlere, das blaue steht für den Entertainment-Bereich und das rechte, rote Symbol steht für die Sicherheit. Und diese drei Fraktionen in dem Spiel, die wollen halt, das sind dann auch drei unterschiedliche Personen, die wollen halt dann auch immer etwas erfüllt haben. Die haben Aufträge für uns, ja. Und da ist es auch wichtig, eine Balance zu finden, weil wenn man jetzt nur immer für eine Fraktion Aufträge erfüllt, also zum Beispiel sagen wir jetzt für die Sicherheit, dann wird irgendwann einmal die Forschung, das Entertainment kein Bock mehr auf uns haben, beziehungsweise haben wir dann das Problem, dass wir gewisse Sachen einfach nicht freischalten können, ja. Weil auch natürlich im Spiel geht es jetzt nicht nur darum, dass wir Geld brauchen, um gewisse Sachen zu bauen, ja, also verbesserte Forschungszentren, sondern wir brauchen auch da quasi die Erfahrungspunkte dazu, oder beziehungsweise diese Sachen werden dann freigeschalten durch die Fraktionen, wenn wir entsprechend einen Ruf bei denen haben, ja. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber... Das heißt, es ist wirklich nicht einfach nur, naja, du bist ja Parkbesitzer, du baust ein paar schöne Gehege und ein paar Wege und dann warst du das, sondern du hast dieses Ganze, was dahinter steht, ja, dieses Ganze hinter den Kulissen, was du managen musst. Ja, genau, was ja auch Jurassic World schon ein bisschen so angedeutet hat im Film, da geht es ja auch jetzt gar nicht nur darum, dass man einen Park hat, sondern ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel, wie komme ich überhaupt an Dinosaurier heran? Das wurde ja schon im ersten Jurassic Park Film erklärt, ja, dass da eben in den Fossilien, in den versteinerten Fossilien, da findet man dann im Blut, also da ist eine Mücke drinnen, die eben mal an einem Dino sich ein bisschen bedient hat, ja, und aus diesem Blut tut man dann eben die DNA extrahieren, um eben Saures herzustellen. Ja, okay, wir brauchen da jetzt nicht über den Realismus gerade reden, aber das ist halt die Grundidee von Jurassic Park und in Jurassic World geht das halt, machen wir dasselbe, wir haben so zwei, drei Saurier zum Startweg tatsächlich gleich zur Verfügung, die wir auch ausbrüten können, ja, aber um an weitere Saurier heranzukommen, also zum Beispiel an den Legenden T-Rex oder auch an den Raptor, ja, die, da müssen wir dann Expeditionsteams losschicken, die sind, auf der ganzen Welt gibt es dann eben Locations, wo wir Fossile ausgraben können, das nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch und, ja, so ungefähr so zwei, drei Minuten und nach den zwei, drei Minuten kommt dann eben der Hubschrauber zurück, ja, in unser Forschungszentrum oder in unser Expeditionszentrum und dann haben wir Fossilien. Das Ding ist, wenn wir da zu so einer Forschung, zu so einer Ausgrabungsstätte die Leute hinschicken, dann haben wir manchmal, werden da mehrere Saurier angegeben, also mehrere Möglichkeiten von Fossilien, die wir finden können, das heißt, bei manchen weiß man dann auch nie, mit was die dann zurückkommt, ja, bei manchen weiß man es ziemlich sicher, weil da kann man zum Beispiel nur diese Saurier-Art finden, diese Fossilien und dann geht es eben daran, dass man diese DNA von den Sauriern extrahiert, das ist deswegen auch wichtig, weil die DNA muss eine gewisse Qualität haben, damit wir auch eine entsprechend hohe Sicherheit haben, dass die Saurier auch wirklich ausbrüten, ja, also das heißt jetzt nicht, dass ich einfach einmal DNA extrahiere und dann kann ich sofort ein Saurier ausbrüten, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel, meine DNA-Struktur ist nur zu 50% vorhanden, dann ist eine 50-50-Chance, ob auch mein Saurier lebensfähig ist, also ob der überhaupt geboren wird, ja. Okay, also immer so ein bisschen zufälliger, damit nicht immer 100%iger Erfolg ist. Genau, man kann dann natürlich weitere DNA extrahieren, damit man eben diesen DNA-Strang vervollständigt und auf 100% bekommt und damit das Ganze noch interessanter wird, kann man dann später auch Gene dazu mischen, also man kann dann quasi im DNA-Strang herumfuschen, das kennt man ja auch, alle aus Jurassic World wissen das ja, was im ersten Film schiefgelaufen ist und genau das kann man hier auch machen, man kann zum Beispiel sagen, man pflanzt in T-Rex einen DNA-Strang ein, dass er aggressiver wird oder dass er länger lebt. Genau das, was man braucht, noch aggressivere, länger lebende T-Rexe. Genau und der Gag an der Sache ist, man kann natürlich jetzt nicht nur zum Beispiel deren Charakterzug ändern, sondern man kann auch das Aussehen verändern und das ist aber auch wichtig, denn die Leute, und auch das hat man übernommen aus dem Kinofilm, die Leute wollen entertaint werden. Also denen reicht nach einer gewissen Zeit nicht mehr nur, dass sie einfach Saurier sind, die seit Millionen Jahren ausgestorben sind, sondern die wollen einfach coolere, noch größere, ja auch aggressivere Saurier wollen die einfach sehen. Und deswegen muss man stetig halt da herum experimentieren und gucken, dass die Leute halt bei Laune gehalten sind, also dass die wirklich Bock haben, drauf in den Park zu kommen. Gott, ich meine, wie du gerade eben schon ein bisschen angedeutet hast, ich meine, das sind Dinosaurier und Menschen, die sich so nach zwei Tagen so, naja, das ist ja ganz cool, aber jetzt stell dich mal vor, dieser T-Rex da vorne, Der wäre schwarz, ja, komplett schwarz oder gelb oder rosa. Wäre schwarz mit einem Flammenmuster. Ja, oder könnte Feuer speien oder so, ja, dann wäre er richtig awesome. Wir müssen aufhören mit diesen Ideen, sonst macht Chris Pratt schon den dritten Film. Ja, ja, der ist ja schon in der Wache. Nee, aber das ist zum Beispiel die eine Sache, die andere Geschichte ist eben, da geht es sehr viel um das Thema Forschung, wir müssen aber auch für den Entertainment-Bereich Sachen erfüllen. Entertainment, da geht es dann so um Geschichten wie, dass wir zum Beispiel mal einen Pflanzenfresser zu einem Fleischfressersaurier reinhauen. Es gibt natürlich ein schönes Gemetzel, aber die Leute sind entertained. Die Sicherheit hat gleich am Anfang einen sehr witzigen Auftrag, die sagen nämlich, lass mal einen Saurier versehentlich aus dem Gehege raus, damit wir mal überprüfen, wie gut unsere Sicherheit funktioniert. Und das passiert tatsächlich auch im Spiel. Sehr verantwortungsbewusst. Absolut, finde ich auch sehr gut, aber es war immerhin nur ein Pflanzenfresser, muss man an der Stelle sagen. Also sie wollten jetzt nicht, dass wir einen T-Rex rauslassen, aber im Laufe des Spiels passiert es natürlich immer wieder, dass Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass ein Soundeffekt wird. Und wenn so ein Soundeffekt ist, kommen die Saurier natürlich raus und greifen die Leute an, die Parkbesucher, und da muss man auch schnell reagieren. Und dann kommt wieder ein sehr cooles und, wie ich finde, auch ein witziges Element zum Tragen, weil man kann dann so einen Sicherheitshelikopter hinschicken, um eben diesen Saurier zu betäuben und ihn dann wieder in sein Gehege zu transportieren. Und man kann diesen Helikopter aber selbst steuern. Man kann ihn selbst steuern und kann dann auch selbst das Betäubungsgewehr abfeuern. Genauso gibt es dann die Ranger. Die Ranger sind verantwortlich, dass eben Sachen, die defekt sind, repariert werden. Die müssen aber auch Tiere impfen, wenn sie krank sind. Die müssen auch die Nahrungsmittelstationen der Saurier wieder auffüllen. Die Saurier-Impfungen. Die Saurier-Impfungen, ja. Die werden auch immer wieder krank. Das kann passieren. Außer man pflanzt ihnen zum Beispiel einen DNA-Strang ein, dass sie weniger krank sind. Und wir können dann eben auch die Ranger selber steuern, wenn wir möchten. Als Ranger kann man sogar Fotos selber machen und auch dann diese, ich sage jetzt mal, diese Pfeile abfeuern mit der Medizin. Auch das kann man machen. Also man kann auch tatsächlich ein bisschen selbst ins Spiel noch herumspielen. Also es ist so ein kleiner Genre-Mix. Ich meine, wenn du sagst, dass man dir auch wirklich selbst diese, ich nenne es mal, Impf-Pfeile abschießen kann. Ja, ja. Ja, es ist halt ein kleines Spielchen für zwischendurch. Man kann natürlich dann, man kann aber auch hergehen unter dem Ranger. Genauso wie diesen Helikopter-Schützen kann man natürlich auch dem Befehl geben, einfach das auszuführen. Das heißt, man kann nach wie vor den großen Manager spielen. Aber man kann halt auch selbst Hand anlegen bei diesen zwei Geschichten, um, ja, dass da halt ein bisschen Spannung reinkommt. Man kann auch zum Beispiel ein Franchise-Gehege reinfangen von T-Rex und der T-Rex tut dann einen verfolgen. Man kann halt so ein bisschen herumspielen. Aber das macht man ein-, zweimal. Weil, ja, gerade wenn es ein bisschen stressig wird, tut man dann sowieso lieber die KI steuern lassen, ja, weil, ja, weil dann oft ein Gehege beschädigt ist und gleichzeitig soll man eine Saurie einfangen. Es wird dann schon stressig. Wo du gerade sagst, es ist ein bisschen stressiger wird, so vom Schwierigkeitsgrad her. Ja, ähm, ich weiß, die Macher sind die, die uns auch, ähm, jetzt musst du mir helfen, Planet Coaster gebracht hat. Planet Coaster, ja, genau. Planet Coaster, ja, genau. Planet Coaster, und das war ja, das hatte eine sehr angenehm ansteigende Lernkurve. Wie ist das jetzt bei Jurassic World Evolution? Genau so, genau so. Also, es ist tatsächlich so, auf der Tutorial-Insel kann man grundsätzlich nicht viel falsch machen. Man bekommt ein großzügiges Vorbudget, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Das heißt, man kann da schon recht viel bauen. Auf der zweiten Insel steigt dann der Schwierigkeitsgrad insofern an, dass man halt zunächst einmal alles reparieren muss und dass man dann halt einfach nicht so viel Kohle zur Verfügung hat. Das heißt, man ist gezwungen, sage ich mal, die ersten paar Minuten oder sagen wir so die ersten 20, 30 Minuten, dass man halt nicht viel bauen kann, ja, dass man mal warten muss, bis Kohle reinkommt. Aber wenn man dann so, ja, ich sage mal, so eine halbe Million, Million hat, und das verdient man ungefähr in, naja, fünf bis zehn Minuten, ja, Spielzeit, also In-Game-Spielzeit, dann ist man eigentlich gut ausgestattet und dann kann man auch anfangen, den Park zu bauen. Wirklich schwer ist das Spiel eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Es gibt auch keine verschiedenen Schwierigkeitsgrade, ja, und das finde ich halt auch sehr angenehm. Also das Spiel, ich würde es tatsächlich als sehr, sehr einsteigerfreundlich bezeichnen. Es wird alles erklärt im Spiel, auch wenn neue Gebäude, neue Gebäudearten reinkommen in das Spiel, wird immer erklärt, was bewirkt das, aber das Spiel überlässt natürlich auch einiges selbst. Also das Spiel sagt nie, du, es ist jetzt aber keine gute Idee, dass du da fünf Raptoren in ein Gehege haust, die dann aggressiv zueinander sind. Das ist dann halt uns überlassen, ja. Ja, da müssen wir dann halt selbst gucken, wie sich das halt alles auswirkt, ja. Also so ein bisschen Learning by Doing. Okay. Multiplayer gibt es ja in keinster Weise, so wie ich es verstanden habe. Ich meine, in diesem Genre ist es mit Multiplayer irgendwie nie so wirklich weit her. Aber von der technischen Seite her, ich meine, gerade optisch und sowas. Ja. Absolutes Highlight. Absolutes Highlight. Also es ist gut auch, dass du gerade zur Grafik redest, wo man jetzt auch gerade schön das Saurier gesehen hat. Man kann wirklich wunderschön in das Spiel hineinzoomen. Also das heißt, man kann wirklich zum Saurier direkt hineinzoomen und da sieht man die Muskelpartien, wie sich die bewegen, die Haut, die Reflexionen, wenn es regnet, da sieht man, wie der Regen abrasselt von der Haut. Also wie gesagt, die ganzen Animationen, auch die Wettereffekte, sieht fantastisch aus. Es gibt natürlich dann so ein paar Texturen, die jetzt nicht immer over the top sind, ja. Aber man sieht zum Beispiel jetzt auch gerade, wenn man hier hohes Gras hat, wenn da der Wind drüber geht, da bewegen sich die Grashalme. Also das Spiel sieht schon für einen, ich nenne es jetzt einmal für einen Parksimulator, sieht das verdammt gut aus. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist einer der schönsten Parksimulatoren, die es derzeit im Handel gibt oder die man derzeit spielen kann. Ja, also die Saurier sehen echt geil aus, die hat man, da sieht man auch dann diese Lizenz, dass da sehr viel Zeit investiert worden ist. Man hat unter anderem, um auch ein bisschen bei der Technik zu bleiben, wir haben auch, es sind auch ein paar bekannte Schauspieler am Start. Chris Pratt zum Beispiel oder auch Jeff Goldblum, die melden sich mal ab und zu zu Wort. Nicht oft, aber ab und zu kommen dann so ein paar Kommentare und das auch mit den echten deutschen Synchronsprechern. Das steigt natürlich die Atmosphäre oder lässt die Atmosphäre steigen. Zusätzlich hat man natürlich auch den Original-Soundtrack dabei. Und was mir auch noch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass man das Terrain komplett bearbeiten kann. Man kann Bäume pflanzen, wie man möchte. Man kann die Bäume aber auch entfernen. Man kann Berge machen oder es hügeliger machen, das Gebiet. Man kann Wasserstellen hinzufügen oder auch entfernen. Ja, also man kann sich tatsächlich so seine eigene Insel erstellen. Und ja, sieht halt echt zu jedem Zeitpunkt richtig geil aus. Sein eigenen kleinen Traumpark. Auf jeden Fall, ja, macht sehr viel Spaß. Hattest du denn irgendwelche Probleme mit Abstürzen oder Bugs? Ich meine, wie gesagt, das Spiel ist ja jetzt noch nicht unbedingt lange draußen. Nein. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie flüssig läuft es. Also von der technischen Seite her, auch bei hohen Einstellungen braucht man jetzt keine Mörderrechte. Natürlich sind die Ansprüche etwas höher, klar, weil sehr viel passiert am Monitor, gerade wenn man reinzoomt und so weiter. Aber grundsätzlich braucht man keinen High-End-PC, dass das Ganze flüssig läuft. Ich habe während der Testzeit keine Abstürze gehabt. Es gab mal ganz seltene Clipping-Fehler. Aber das sind dann eher so Kleinigkeiten, wo man halt mal sieht, dass Besucher, und da laufen wirklich sehr viele herum, dass mal ein Besucher irgendwie durch eine Trafo-Station durchgelaufen ist. Aber das sind so Kleinigkeiten, die fallen dir gar nicht auf. Weil du hast die meiste Zeit, hast du eben diese Vogelperspektive von oben, siehst du den Park, weil du ja alles im Blick behalten möchtest. Und deswegen fallen dann so kleine Clipping-Fehler überhaupt nicht auf. Also ich würde das Spiel als sogar sehr bugfrei bezeichnen. Das klingt doch eigentlich verdammt gut. Ich meine, wir haben es jetzt gehört, es sieht optisch gut aus, an der technischen Seite hat es relativ wenig Probleme. Und die Probleme, die es hat, die fallen praktisch gar nicht auf. Die Lizenz wird richtig verwendet. Und das ist ja schon was, was heutzutage immer so ein bisschen... Ja. Ich will jetzt keine Publisher-Namen sagen, die mit Lizenzen seltsam umgehen. Und das Spiel scheint ja relativ rund zu sein. Was ist denn so unterm Strich deine Meinung für das Ganze? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich super froh, dass man mit... Weil du hast es ja schon erwähnt, Lizenzen, das ist immer so eine Sache, vor allem zu Filmen oder zu Serien. Da haben wir schon in der Vergangenheit ganz viele Gurken gehabt und es werden auch noch ganz viele Gurken erscheinen. Aber gerade Jurassic World Evolution ist mal wieder ein absolutes positives Beispiel. Wenn man einen guten Entwicklerteam, die wirklich Ahnung haben, Frontier, die haben einfach Ahnung, wenn es um Parksimulationen geht. Da sind einfach die Besten darin oder es ist jetzt kein Lob oder... Lob ist es natürlich... Lob ist keine Werbung. Es ist keine Werbung, ja. Also das ist einfach so. Die haben in der Vergangenheit ganz viele tolle Spiele auf den Markt gebracht, die selten bis nie irgendwie enttäuscht haben. Und genauso ist es halt bei Jurassic World Evolution auch, ja. Von Anfang an fühlt man sich in dem Spiel wohl. Man kann natürlich jetzt dann darüber diskutieren, wie lang das Spiel Spaß macht. Also ich habe es ja auch schon im Vorgespräch erwähnt. Ich habe jetzt eben die Insel durch, ich habe alle Gebäudearten, die es gibt, habe ich jetzt eben freigeschalten. Ich habe fast alle Saurier, die es gibt. Und jetzt hat man dann halt diesen Punkt erreicht, wo man halt einfach so ein bisschen vor dem Monitor sitzt und einfach nur noch schaut, wie das Geld reinkommt und man nicht mehr wirklich was machen kann. Aber ich glaube, das ist das Problem von jeder Parksimulation. Also man kann nicht erwarten, dass man da jetzt die nächsten zehn Monate immer mit was Neuem beschäftigt wird oder ist. Ja, man kann natürlich dann in den Sandbox-Modus rüberwandern. In Sandbox-Modus kann man sich dann komplett austoben, ohne dass man auf Geld achten muss. Die einzige Einschränkung, die es gibt, man kann auch nur die Sachen bauen, die man schon in der Story-Kampagne freigeschalten hat. Also das heißt, man muss sich so einmal quasi durcharbeiten durch die ganze Story, dass man die ganzen Gebäudearten hat. Und dann kann man hergehen und sagen, so, jetzt brauche ich mir wirklich meine eigene kleine Jurassic World oder meinen eigenen Jurassic Park. Und ja, dann kann man auch glücklich werden und da sitzt man halt auch ein paar Tage dran und hat Spaß. Aber es ist halt jetzt aus meiner Sicht kein Spiel, was man jetzt vielleicht irgendwie über Monate hinweg spielt. Ja, da hat man jetzt so ein paar Wochen Spaß damit und ja, dann wird man es wahrscheinlich auch wieder in die Ecke legen. Das ist eigentlich so eine schöne Überleitung zu meiner letzten Frage, die ich noch hätte. Weiß man jetzt schon irgendwas Richtung DLC oder mehr Content? Ist das schon irgendwas so ein bisschen bekannt? Also bis jetzt noch nicht. Es gibt eine Deluxe Edition. Die Deluxe Edition, die beinhaltet aber in erster Linie Skins. Zum Beispiel für die Fahrzeuge, dass man zum Beispiel die Ranger, dass die mit den Original Jurassic Park Jeeps unterwegs sind. Ja, oder halt auch mit den Jeeps aus Jurassic World. Aber so grundsätzlich habe ich jetzt noch nicht viel gelesen. Sie haben was geplant angeblich, also sie wollen da was machen. Ich würde es halt vielleicht geil finden, wenn man so eine Jurassic Park Classic Geschichte einbauen würde. Würde ich sehr cool finden. Ja, also auch die Gebäudearten und das Ganze. Vielleicht ist da auch schon was in der Mache. Aber jetzt aktuell ist es noch nichts. Ich meine, das Spiel ist noch sehr jung und frisch und ich glaube, die meisten sind da sowieso doch nicht komplett durch. Aber schön wäre es natürlich, wenn dann in Zukunft noch ein paar weitere Sachen reinkommen. Ja, die Tentel einfach gut weiter benutzen. Okay, dann danke ich dir natürlich für alles, was du uns heute über Jurassic World Evolution gesagt hast. Klingt auf jeden Fall ziemlich geil. Ich bin eigentlich auch ziemlich heiß drauf. Und wir verabschieden uns im Grunde schon bis zum nächsten Mal bei GameZoom. Bis dann. Tschüss. Tschüss.